So, da bin ich wieder und ich habe jetzt mal den Shader ausgemacht. Also ich habe jetzt, weil der hat uns eh nichts gebracht. Also ich weiß nicht, ich bin mal gespannt, wie das jetzt läuft. Ob das alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Werden wir sehen. Aber wir brauchen Holz, habe ich gesehen. Erde en masse, aber kein Holz. Und deswegen werden wir uns jetzt noch eine Axt machen. Da haben wir den Stuff reingelegt. Und hier und hier. Und da müssen wir wieder Holz farmen gehen. Und ich glaube, ich glaube, ich glaube, wir nehmen die Hunde mit. So, die zweite Axt. Oder lassen wir die hier. Komm, wir lassen die hier. Die haben letztes Mal und so weiter und so fort. Wie viel geben die jetzt eigentlich hier? Oh, drei Stück. Cool. Auf geht's. Ja, ich habe die Tür nicht gelegt. Jetzt ist eh noch alles. Oh, ach du Scheiße. Guckt euch das mal an, wie der Wald hier gewachsen ist. Ist ja der Hammer. Ja, Zirkon hat sich wieder gemeldet. Danke. Also ich werde es auf jeden Fall mal im Auge behalten. Hier diesen Mod. Ähm, Tree-Tecaburator. Auf jeden Fall diesen, wo man hier unten dann den ersten wegbaut. Und wo der ganze Baum dann fällt. Also den finde ich richtig cool, den Mod. Ähm, werde ich auf jeden Fall mal schauen. Weil hier gerade solche. Boah, das ist immer so schwierig, die abzuholzen. Aber wir werden das jetzt tun. Dann haben wir auch eine Menge Holz. Das sind alles so große, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Da werden wir noch einiges abhacken hier jetzt. Aber gut, wir geben uns Mühe. Wir machen es. Wir schaffen es. Erst den hier. Erst die ganzen Kleinen immer rausruppen. So. Und da kommen ja auch viele Zepplinge bei rum dann. So, und dann bauen wir uns mit Kies hoch. Wir sind nicht mehr Geld. Den kriegen wir gerade nicht. Aber jetzt. So. Äh, weiter im Text. Die nächsten. Okay, die ist kaputt. Zack, wären wir nicht weit mit gekommen, ne? Okay, okay, okay. So hoch sind die nicht. Aber dafür gehen die irgendwie ganz schön weit rein. Achso, das ist schon wieder der nächste. Ah, verstehe. Dann den raus. Zack. Und den. Ich würde die ganz gerne aber auch haben. Wow. Autsch. Äh, war da noch was? Ich glaube nicht, ne? Warte mal. Holen wir da wieder raus hier. Ach. Ich so, wieso geht denn das nicht? Ja, unsere wunderschöne erste Höhle. Hä, hä, hä. So. Äh, den kleinen hier nehmen wir noch mit. Dipp, dip. Hör mal, uns ja einen Wald hier gezimmert. Äh, Wahnsinn. Und den hier noch. Ja, jetzt wäre das echt cool, wenn wir den noch drauf hätten, ne? Schwuppdiwupp, wer alles gefällt. Aber geht auch so. Das schaffen wir schon. So. Und jetzt. Dich lasse ich stehen. Du bist mir zu groß. Aber den hier. Lass mal den großen Baum stehen. Sieht bestimmt auch hübsch aus. Aber die anderen, die canen dann gar nicht hier, oder? Die canen die Dinger. Ups. Ich glaube nicht, weil die ja dann am Baumstamm dran sind. Naja, wir werden es sehen. Oh. Wo sind die nächsten? Hier, der ist groß. Den können wir abholzen. Wie viele haben wir denn jetzt? Ah, guck mal. Eins der kann mal voll. Oh, das sieht schön aus. Das gefällt mir echt gut schon. Wieder so ein großer. Und was hast du hier fabriziert? Haha. Auch cool. Nicht schlecht. Äh, hier ist ein kleiner. Machen wir zwei Stacks Holz voll. Einverstanden, Leute? Hihi. Ihr könnt euch gar nicht melden. Selbst wenn ihr nicht einverstanden seid. Aber das schaffen wir mal. So, komm. Boom. So. Äh, der kleine hier noch. So. Da ist noch einer. Uh, what war das? Ach, ich schaff's auch immer wieder. Ich schaff's auch immer wieder. So, zurück zum Spiel. Letztens ist mir die ganze Aufnahme abgeschmiert. Ich weiß nicht, wer das von euch mitbekommen hat. Aber schwuppdiwupp war die Aufnahme weg. Da ist der Große wieder. Gib mal die hier her. Dankeschön. Hier ist noch ein Großer. Ah, schön, herrlich. Gib mal alles her, was du hier hast. Näher würde ich jetzt aber dann nicht rangehen. Ähm, an unsere Hütte da hinten. Weil hier haben wir ja auch noch einen Wald. Einen Fichtenwald. So, war das ein großer? Ja, das war ein großer. Aber ich werde die jetzt hier abmachen. Dann kommt der auch schön zum Vorschein, der große Baum. Soll ja alles immer noch hübsch aussehen hier, ne? Sonst würden wir ja kein Minecraft spielen, ne? Wenn wir nicht hübsche Sachen mögen würden. So. Oh, herrlich. Gib alles her. Bauen wir den Wald. Wo bauen wir den denn hin? Aber anscheinend die Kähnen die trotzdem. Da ist noch ein Holz. Danke. Das die Kähnen von alleine. Hier das machen wir noch weg. So, dann haben wir hier einen richtig schicken Baum stehen. Ganz nah bei uns dran. So ist gut. So. Den nehmen wir noch. Zack. Ganz viele Zaplings. Mit den Zaplings, die sind ja auch gut zum Holzen. Also zum Verholzen. Boah, ich glaube, ich mache mir das mal eben zu hier. Irgendwann werde ich da reinfallen sonst. So. Zu. Hier auch. Und das können wir ja dann hier auflassen. Hier noch. Und das war's. So. Wo bauen wir denn? Die Hölzchen hin. Oh. Ne, da ist gar nichts. Holz. Ach, Quatsch. Kohle ist hier. Hier haben wir abgeholzt. Ne gut, dann pflanze ich die hier hin, die Saplings. So, hier ist ja sehr nah an dem anderen Wald dran. Da ist, oh Gott, wie viele. Einfach mal überall. Das sind jetzt wieder die anderen Bäume. Ist das Schwarzholz? Ne, ne? Ne. 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 Ein Wald. Ein künstlich angelebter Wald. Ach, warum nicht? Und hier noch einen hin. Und dann war's das. Haben wir jetzt zwei Stacks? Nicht ganz, aber komm, wir gehen zurück. Das Dunkel wird langsam dunkel. Und jetzt haben wir mal wieder ein bisschen Holz vor der Hütten hier. So. Direkt mal eine Runde pennen gehen. Hallo Hundis. Sorry, dass ihr nicht mitdürftet. Oh, du kannst nur nachts schlafen. Da. Aber ihr rennt mir immer vor die Füße. Oh, wie schön das aussieht. Wir müssen unbedingt das eine Feld da hinten noch fertig machen. Dieses hier. Ja, ich hol mir mal eben meinen Wassereimer. Dann machen wir das. Nicht, dass wir wieder zu viele Baustellen hier überall haben. So, wo ist er denn? Ach, den hab ich... Ach, den hab ich doch gehabt. Das futtern muss ich. Weil ich renne immer durch die Gegend. Ich bin so ein bisschen hyperaktiv mit meinem Minecraft-Männchen. Hier raus. Und hier haben wir den ja. So. Aber hier muss noch Erde rein. So. Was pflanzen wir denn dann hier? Kartoffeln, oder? Da haben wir ja nur auf der einen Seite die Kartoffeln. So. Das machen wir aber auch dann direkt schön. Hier dann hin, ne? Ja. So. Ne, am Shader scheint's nicht gelegen zu haben mit dem Leggen. Jetzt fängt's nämlich schon wieder an. Ähm. Ich wurde ja gewarnt. Mit einem von diesen Mods, die ich hier drauf hab. Dass die nicht für 1... Äh. Genau. Nicht mit dem Mod, sondern mit dem Mod Loader. Dass die noch nicht für die 1,7,10 sind. Und dass da Probleme auftreten könnten. Und ich glaub, diese Probleme, die haben wir auch. Aber ich denke mal, wird gefixt werden. Sehr bald. Und, äh. Ja. Mal schauen dann. Ja, was denn? Kannst du nicht mal ein bisschen hier... Äh. Abernten und so? So. Da haben wir das. Machen wir uns hier ein neues Feld hin. Und zack. Haben wir die Baustelle erledigt. Und wir haben die Baustelle erledigt. Dann werden wir hier wohl überall Felder hinmachen. Och, wie schön. Guck mal. Unser Swilling Pool. Wuhu. Blub, 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 blub. Ha. Hübsch, ne? Hübsch, ne? Ich find's toll. Ich muss mal eben gucken, ob ich da noch Kartoffeln habe. Die hab ich ja nicht alle gebraten, oder? Oder hab ich die alle gebrötzelt? Na, nur die giftige Kartoffeln nicht. Nicht schlimm. Die sind bestimmt fertig hier vorne. Ein paar. Ja. Oh. Ich immer mit meinem Skylade warne. Ey, ich denk dann immer, ich müsste, äh, Rechtsklick machen. So, dann pflanze ich hier erstmal wieder an und dann da drüben. Kann sein, dass wir nicht genug haben. Aber irgendwann haben wir dann genug. So. Tut, 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 tut. Tut und tut. Alle da? Ja. Schön. Ähm. Wow. Zack. So. Ne, reicht nicht ganz. Reicht für eine Seite. Und zwei mehr. Aber ist nicht schlimm. Jetzt haben wir, guck mal, oben auf der Minimap, wie cool das aussieht. Vier Stück dran, da vorne eins, da werden wir auch noch ein paar machen. Ach, sieht das toll aus. Ja, und hier ist das Gleiche. Sehr schön. Gefällt mir gut. Ich hoffe, euch auch. So. Dann haben wir ja gerade das Glas gehabt. Da können wir das, äh, Aktion Glasdach auch noch abschließen. Die haben wir hier reingepackt. Ne, hier reingepackt. So, 64 Glas. Sehr cool. So. Na komm. Und du noch. Du, du. Du, du. Okay. Wie haben wir das hier gemacht? Ah, okay. Allerdings weiß ich noch nicht ganz genau, wie wir das hier, ich glaube, das müssen wir dann wegmachen, hier, eins. Ähm, die hier. So. So. So, dann können wir ja hier jetzt auch zumachen. Mit denen. So. Oder lieber nicht. Oder machen wir hier normales Holz. Ich glaube, das sieht ein bisschen besser aus von außen dann. Von außen und von innen. So. Da haben wir wieder 25 Stück. Ist auch eigentlich doof, ne? Eigentlich müsste ich ja mehr machen. so. Ups. Verbaut. Hier sieht's so aus. Hier machen wir das dann genauso geschmeidig wie da vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und. 1, 1. Wo haben wir die? Da gehen wir aber von innen. Ach, guck mal. Können wir direkt fertig machen hier. Dafür waren wir ja eigentlich auch Holz. Holzholz, ne? Zack. So. Und noch ein paar. Zack. Hey. Ach so. So. Dann ist der Boden gleich durch. Aber ich. Ja. Das Dach wird nochmal nett. Denke ich mir. Wird wir da noch ein bisschen rumbasteln müssen. Aber Hauptsache, die Viecher, die kommen. Obwohl die Spinnen, die kommen ja. Aber wir gehen ja immer pennen. Also von daher. Das ist jetzt nicht so ganz wild. Haben wir denn noch? Nein. Dann bin wir rüber. Hallo. So. Ach, da war. Eins war noch da. Aber nicht schlimm. Ich mache jetzt nochmal 16. Dann haben wir 17. So. Ah, hier war das nicht. Hier war das. So. Und dann wieder Stein drüber. Huh. Na, komm. So. Und wieder eine Wand gezogen. Cool. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir besser. So. Nice. Mach Türe zu. So. Und dann eigentlich nur noch hier. Äh. Wie hatten wir das jetzt hier? Was willst du von mir? Hau ab. Ja. Mal gucken. Glas. Und Glas. Ja. Schaut doch gar nicht mal so doof aus. So. Und wie sieht das von außen aus jetzt? Wahrscheinlich sehr doof wegen dem Holzbalken da an der Ecke. Ich mach das weg. Ich mach das weg. Und mach da auch Stein hin. So machen wir das. So. So. Ups. Und das dann auch. Oder? Ja. Ja. Hier dann auch überall Stein. Zack. Ach, da waren noch die. Nee. Genau gegenüber waren die Chicken. Genau. So. Echt doof, dass ich jedes Mal hier. Ich muss mir eigentlich mal alles, was ich so die ganze Zeit brauche. Muss ich mir mal hier hinpacken. Ich muss mir mal hier hinpacken. So. Und da jetzt diese hin. Es wird schon wieder dunkel. Aber es ist nicht schlimm, denn ich glaube, wir sind überall zu jetzt. Wenigstens an den Seiten. Sieht ja wieder genauso doof aus. Nee. Da kommt auch Stein hin. Da oben. Mann, ich bin mir so unschlüssig. Es ist aber auch echt immer so eine Frage. Wie machst du das? Hier kommt einfach überhaupt gar kein rein. Gar kein Fenster. Dafür können wir hier ja Fenster reinpacken. Ja, super. Ja, das sieht super aus jetzt da oben. Die Tür ist ja eigentlich für die Katz da, ne? Die können wir ganz wegruppen. Truppen wir ganz weg, das Ding hier. Oder? Oder keine Ahnung. Machen hier dann eine Tür. Ich weiß aber gar nicht, was wir hier mit sollen. Nee, komm, wir machen das weg. Machen dann hier Holzen oder so. Oh Gott, ich bin bei 21 Minuten. Ja, dann kann ich jetzt auch eine Doppelfolge daraus machen. Was soll das denn? Kostet ja nix. Oder, hey, weißt du, was auch cool wäre? Wenn wir das ganze Ding hier was höher machen würden. Das heißt... Oder sollen wir hier vielleicht einen Eingang zu einer Höhle machen? Hier dann so. Wollen wir das so tun? Können wir ja einfach hier jetzt Holz hinmachen? Weil hier drunter muss eh irgendwo die Höhle sein. Irgendwo hier. Dann machen wir uns hier den Eingang... Einen privaten Eingang in die Höhle, die da unten ist. Hier würde ich aber dann ganz gerne so ein Doppelfenster haben. Na, sieht doch cool aus. So. Und hier dann... ...einen Doppelgang runter. Da noch Stein hin. Hallo! Ich geh mal kurz pennen. Da kommt ja jetzt gerade keiner, oder? Also auf jeden Fall haben die mir jetzt nicht gesagt, es sind Monster in der Nähe. Ich kann jetzt nicht schlafen. Jetzt verbrennen die alle. Das sieht cool aus. Das gefällt mir. Hallo. Hallo. Sie springt doch da rein. So. Pass auf. Das können wir ja schon mal schön machen hier. Ein paar Minütchen haben wir ja noch Zeit. Dann nutzen wir die mal gut. Aber das soll schon schön aussehen. Also das soll jetzt nicht irgendwie so ein fieses Ding werden. Soll schon schick werden hier. Also das kleiden wir dann schön aus und so. Vielleicht ist hier ja auch ein Spawner. Dann haben wir ja direkt hier bei uns am Haus eine Monsterfalle. Also die sind auf jeden Fall hier ganz nah dran. Das höre ich. So. Und hier muss dann auch alles weg. Denn wie gesagt, es soll schön aussehen. Entweder machen wir das mit Stein. Ja, ich denke mal eher, das machen wir mit Stein. Und das ist jetzt hier der verschiedene Stein ist, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Oder? Ach komm, rücken wir das auch raus. Das sieht doof aus. Und hier noch. Doppelfolge. Ich freue mich immer. Ich habe früher immer gesuchtet. Gronkh, ne? Boah, und dann waren die Folgen immer so schnell zu Ende. Und dann habe ich echt immer gedacht, boah, Doppelfolgen. Gronkh, mehr Doppelfolgen. Da habe ich immer voll Spaß gehabt. So, ähm, das sieht kacke aus. Was habe ich denn hier gebaut? Ja, da muss ich dann irgendwie mal... Da draußen ein Böses. Weil die Creeper, die gehen ja nicht kaputt. Oh. Ah ja, genau. Da muss auf jeden Fall noch Stein rein. Ups. Hallo. So. Na komm. So, besser, ne? Jetzt ist besser. Sag ja, eigentlich muss da gar kein Fenster rein. Aber fürs Licht dann halt, ne? Uh. So, dann kommen hier Treppen. Ja, klar. Ja, klar. Was willst du mir jetzt damit sagen? Komm, geh mal weg. Sonst haben wir hier gleich ein Loch. Zu einer fetten Höhle. Und du steckst mittendrin. Hier irgendwo ist die Höhle. Ja. Wo ist die Höhle? Ausleuchten. Wäre mal nicht schlecht. Aber da können wir ja auch schön uns das machen hier. So, hier einen hin. Ne, falsch. Dann hier eine hin. Und hier. Und genau an der gegenüberliegenden... Ist das jetzt richtig? Ja. An der gegenüberliegenden Seite. Die müssen wir eh nochmal rausrücken dann. So. Und da. Und da. Okay. Aber die müssen wir auch rauskloppen hier. Weil da müssen ja die, äh... Die Treppen müssen ja dahin. Äh. Ich bin euch auf der Spur. Ich bin unterwegs zu euch. Wo seid ihr? Ich kann euch nicht hören. Ah, die Spinne kommt näher. Da ist Kohle. Da ist Eisen. Eisen unter meiner Hütte. Und ich höre ein Skeletto. Also hier ist auf jeden Fall irgendwo eine dicke, fette Höhle. Mach mal Licht! Eisen ist immer gut, ne? So, da müssen wir gleich hier wieder zumachen. Wo bin ich? Hilfe! Wo bin ich? Ah, hier. Oh Gott. So. Ähm. Machen wir zu. So. Hat keiner gesehen, dass wir da drin waren. Weiter im Text. Oh. Ich finde diese Höhle nicht. So weit unten kann die doch eigentlich überhaupt gar nicht sein, oder? Da ist noch mehr Eisen. Vielleicht baue ich mich auch gerade richtig einmal so schön quer dran vorbei. Kann passieren. Ausleuchten. Ne. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich voll auf der falschen Spur bin. Aber das Eisen nehmen wir trotzdem mit. Aber ich habe... Die kommen doch auch irgendwie näher, oder? Na ja. Ist ja auch egal. Wir werden uns dem Ganzen... Ach. Hier irgendwo. Wir werden uns dem Ganzen dann beim nächsten Mal annehmen. Ganz leise. Sonst hören die Bösen uns. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, meine Lieben. Beim nächsten Mal gehen wir entweder da runter mal auf die Spur der Höhle oder wir bauen uns ein schönes Dach. Auf jeden Fall wird es spannend. Bis demnächst. Tschüssikowski. Okay.